Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den VfB Lübeck. Die Partie endete mit 3 zu 1. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer hier neben mir, Rolf Lander vom VfB Lübeck und unseren Cheftrainer Markus Kuczynski. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Herr Lander, wie fällt Ihr Fazit nach der 1-3-Niederlage hier in Dresden aus? Ja, das ist eigentlich heute recht schnell zusammengefasst für mich. Ich muss sagen, wir sind etwas zu verhalten und vielleicht zu respektvoll in dieses Spiel reingegangen bzw. gestartet. Die ersten 30, 35 Minuten haben wir Dresden zu viel gewähren lassen. Man muss aber auch sagen, in dieser Phase hat das Dresden sehr, sehr gut gemacht. Sie haben sich immer wieder freigespielt in den Halbräumen, immer wieder gefährlich vor unser Tor gekommen und gehen dann auch verdient. 2 zu 0 in Führung. So ein crucialer Moment in so einem Spiel ist natürlich dann der Elfmeter kurz vor der Halbzeit. Das hätte einen extra Auftrieb gegeben unserer Truppe, damit wir da das 2 zu 1 machen. Nichtsdestotrotz hast du dann kurz nach der Halbzeit gleich wieder ein Riesending durch Torben Deters, glaube ich, der drei, vier Meter vom Tor zum Abschluss kommt. Und anstatt, dass es dann vielleicht 2 zu 1 oder vielleicht sogar nochmal spannend wird mit dem Ausgleich, kriegen wir aus einem Ballverlust im Mittelfeld dann das 3 zu 0. Was mich trotzdem aufgrund der zweiten Halbzeit dann, schwierig zu sagen, positiv stimmt, aber auch nicht zufrieden stimmt, aber worauf man aufbauen kann, ist, dass die Mannschaft weiter probiert hat, die Situation anzunehmen, wie sie ist, versucht hat ein Tor zu erzielen, versucht hat bis zum Schluss etwas Positives draus zu machen. Unterm Strich hat das aber dann nicht gereicht und man darf nicht vergessen, wir haben hier beim Tabellenführer gespielt, bei einem Verein mit großen Ambitionen und da gehört dann mehr dazu, als wir heute gezeigt haben. Da musst du die Chancen machen und darfst dann vor allem, wie gesagt, in der Beginnphase nicht so respektvoll auftreten und dem Gegner so viele Räume eröffnen, dass sie da schalten und walten können, wie sie wollen. Für uns gilt es jetzt wieder, das ist Woche für Woche ein ähnliches Thema, analysieren, abschütteln, weitermachen. Herr Landert, vielen Dank für Ihre Analyse und Ihr Statement zum Spiel. Markus, deine Analyse fällt wie folgt aus nach dem 3 zu 1 Heimsieg gegen den VfB Lübeck? Ja, vor allem die erste Halbzeit war richtig gut gespielt, 30, 35 Minuten, haben wir das Spiel kontrolliert, haben Chancen rausgespielt, haben 2 zu 0 geführt, haben dann schon hier und da nicht mehr so seriös verteidigt, haben immer mal wieder eine Chance zugelassen, immer mal wieder einen Angriff zugelassen, aber noch alles eigentlich unter Kontrolle gehabt. Und machen das 3 zu 0, aber auch schon in der Phase, wo Lübeck dann immer auch gefährlich war und das auch vor größere Probleme gestellt hat. Machen das 3 zu 0, kriegen dann den zweiten Elfmeter gegen uns, das 3 zu 1 und dann hat Lübeck nochmal eine Drangphase, immer nochmal wieder Chancen, um reinzukommen. Wir haben aber auch nochmal Chancen, auch Somi nochmal den Deckel drauf zu machen, früh, sodass es bis zum Ende umkämpft gewesen ist. Da auch Respekt vor der Leistung von Lübeck, die bis zum Schluss wirklich auch darum gekämpft haben und nicht aufgegeben haben. Da ziehen wir den Hut vor, wir wissen, dass das, wenn das 3 zu 2 fällt, wahrscheinlich das auch nochmal gefährlich werden kann. Aber wir hätten auch noch, gerade durch Somi, das 4 zu 1 machen können und dann hätten wir Ruhe gehabt. Aber unterm Strich bleibt für mich eine starke Leistung von uns, vor allem eine starke erste Halbzeit, wo wir richtig gut kombiniert haben, richtig stark gespielt haben, wo wir Chancen gehabt haben, auch verdient geführt haben und dann eine kämpferische zweite Halbzeit, wo wir alles getan haben, um das nach Hause zu bringen. Das haben wir geschafft. Wir haben einen Angriff abgewehrt, alle warten irgendwie drauf, das war Stolpern. Wir haben wieder einen Nackenschlag hingehen müssen, auch mit Yannick, der verletzungsbedingt im Abschlusstraining ausgefallen ist. Nochmal alles, was wir die Woche trainiert haben, irgendwie umschmeißen mussten und haben das wieder hingekriegt, hier uns als Einheit zu präsentieren und das war eine starke Leistung. Danke. Markus, danke auch dir für dein Statement. Jetzt kommen wir immer zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, die auf der Pressetribüne sitzen in unserem Stadion und mir die Fragen per WhatsApp an die beiden Cheftrainer schicken. Wir fangen an mit Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Herr Kautzinski, hat es Sie überrascht, wie Niklas Kreuzer nach einem halben Jahr ohne Spiel und ohne Mannschaftstraining aufgetreten ist und vor allem das Spiel durchgehalten hat? Ja und nein. Eigentlich ja, aber eigentlich nein, weil er genau so vom ersten Moment an trainiert. Er hat, glaube ich, mit dem ersten Auftritt im Training gleich gezeigt, dass er keine Anlaufzeit braucht, dass er topfit ist, dass er wirklich gut für sich gearbeitet hat. Das erste interne Spiel hat er genauso agiert, auch getroffen. Von daher, ja, hat er natürlich auch eine Erfahrung, sodass er seine Nerven im Griff hat. Das ist ja manchmal noch das, was dem einen oder anderen dazwischen grätscht. Das passiert ihm nicht. Von daher habe ich es mir schon erwartet und schon erhofft und auch bewusst diesen Schritt gemacht, ihn jetzt zu bringen. Wir wussten schon, dass am Ende wahrscheinlich die Beine schwer werden. Das hat man dann gemerkt, haben ihn dann runtergenommen. Aber bis dahin war es eine richtig starke Leistung. Wir bleiben noch bei dir, Markus. Die nächste Frage kommt von Thomas Narendorff, Dresdner Morgenpost. Hallo Herr Kowalsinski, Glückwunsch zum Sieg. Waren die starken ersten 30 Minuten genau das Richtige gegen eine tiefstehende Mannschaft? Ja, es war richtig guter Ball, das ist jetzt Fußball. Wir haben richtig gute Lösungen gehabt. Wir haben immer wieder das Spiel verlagert und dann immer wieder Tiefe gefunden. Die Jungs haben sich vorne wirklich gut bewegt. Das, was wir uns vorgenommen haben, auch nach vorne die Wege konsequenter zu gehen. Die Präzision zu finden. Da haben die Jungs wirklich Gas gegeben, sich bemüht. Auch wenn ich der eine Angriff dann, wo Joni nochmal quer spielt, nach dem Flugball von Paul, wo Somir am langen Pfosten so knapp vorbeigeritscht. Das waren richtig starke Angriffe. Da freue ich mich natürlich drauf, dass die Jungs auch direkt an so eine Antwort geben. Nächste Frage kommt wiederum von Thomas Nahrendorf, Dresdner Morgenpost. Befürchten Sie auch bei Yannick Stark eine längere Pause? Markus? Ja, wir sind da noch nicht ganz schlüssig. Morgen im Laufe des Tages werden noch weitere Untersuchungen folgen. Die Schulter ist rausgesprungen, ist wieder drin. Aber es gibt Schädigungen. Die Frage ist jetzt, wie stark die sind. Das müssen wir abwarten. Wir hoffen, dass sie nicht so stark sind und dass es vielleicht relativ schnell geht. Aber wissen tun wir es nicht. Wenn es dann wirklich schlimmer ist und er operiert werden muss, dann wird er natürlich auch lange ausfallen. Yannick, an dieser Stelle von uns allen eine gute Besserung auf dem Weg und hoffentlich bist du bald wieder zurück. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Kautzynski, wie bewerten Sie die beiden Elfmeterszenen im Spiel, erste und zweite Halbzeit? Den ersten habe ich nicht gesehen. Ich stehe in so einem Winkel, dass ich Knipser dahinter nicht sehe, was er macht. Wahrscheinlich wird er irgendeine Art und Weise, ich habe es auch noch nicht im Fernsehen gesehen, gestoßen haben. Ob das elfmeterwürdig war oder ist, kann ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt so viele Situationen gesehen, auch in allen Ligen, die ich nicht pfeifen würde. Richtig beschwert hat sich erst mal auch keiner. Aber ich weiß es nicht. Also würde ich jetzt ein bisschen rumstochern. Den zweiten, den muss man geben. Eine blöde Situation, wo Jule einfach so nicht hingehen darf. Er trifft da Ball und Gegner. Das war berechtigt beim ersten. Wie gesagt, kann ich von meiner Warte aus nicht beurteilen. Danke, Markus. Herr Lander, willkommen zu Ihnen. Zu den Fragen von Roland Kahl, HL Spurz. Die erste Frage lautet, gab es noch andere Gründe für die Auswechslung von Okuboba, außer die Umstellung auf Dreierkette? Ich hoffe, dass ich den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Mikro bitte noch anmachen, Herr Lander. Andere Gründe. Einerseits haben wir umgestellt, wollten ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel reinbekommen, wollten im Ballbesitz, im Spielaufbau uns mehr bessere Optionen geben. Und, ja, Osa hat, sagen wir es mal so, er hat schon bessere Hälften dieses Jahr gespielt. Sie haben zum Elfmeter schon was gesagt oder zu den beiden, aber die Frage von Roland Kahl möchte ich trotzdem gerne stellen. Zwei Elfmeter, nur einer drin. War das vielleicht mittelspielentscheidend am heutigen Tag? Ja, na klar. Ich meine, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn du so ein Ding hast, kurz vor der Halbzeit, dann weiß jeder, dass es ein psychologisch interessanter Moment ist, wenn du dann ein Tor erzielst und mit dem Erfolgserlebnis in die Pause gehst. Ich glaube schon am Viertel dieses Jahr, den wir verschossen haben. Zweiten haben wir dann gut rein und, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht nur an den Elfmetern festmachen, da waren auch noch, da waren schon noch die ein oder andere gute Möglichkeiten. Herr Lander, noch eine Frage von Roland Kahl und zwar, die zweite Hälfte war deutlich besser als die erste. Was war die Marschrichtung vor dem Spiel, dass das zuerst nicht geklappt hat? Die Marschrichtung war ähnlich wie zweite Halbzeit. Wir wollten vor allem mal gut stehen, gut verteidigen, auf Umschaltmomente setzen, im Spielaufbau mutig sein, aber auch wissen, dass, also so ein kalkulierbares Risiko nehmen im Spielaufbau, die Linien dann nochmal überspielen auf unsere schnellen Außenbeziehungsweise auf Akku, Akkono vorne, der unser Anspielpunkt bzw. der Mann hätte sein sollen, der verlängert. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht, in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Eine Frage habe ich noch. Patrick Hopsch hat heute mal wieder gespielt. Was war der Grund dafür, Herr Lander? Hopschi hat die Möglichkeit gehabt, sich jetzt in den letzten Wochen ran zu arbeiten, aufzudrängen. Und mir haben wir heute die Möglichkeit gegeben, sich wieder mal zu zeigen. Dankeschön. Markus, wir kommen nochmal zu dir. Zwei Fragen habe ich noch. Es sei denn, es kommen noch Fragen dazu. Tim Schlegel, Bild Dresden. Glückwunsch zum Sieg, Herr Koczynski. War es für Dynamo nach der Pause schwerer, weil Lübeck umgestellt hatte und druckvoller war? Oder war Ihr Team nicht mehr ganz so zielstrebig und konsequent wie noch im ersten Durchgang? Ja, von beiden ein bisschen. Wir haben gebraucht, um uns daran zu gewöhnen. Wir haben dann ein, zwei schwache Phasen gehabt, wo wir auch mal ausgerutscht sind, wo wir nicht so stark gegen den Gegner waren, wo wir dann auch leicht den Ball verloren haben, wo wir in der ersten Halbzeit noch eine gute Kontrolle hatten. Lübeck mit ein bisschen mehr Feuer dagegen rausgekommen, hat uns das einfach dann schwieriger gemacht. Wir haben dann schon wieder auch eine Phase, wo wir das kontrollieren. Wir haben so nach den ersten zehn Minuten, erste vierte Stunde, dann schon eine Phase, wo wir es wieder bis zehn Minuten vor Schluss eigentlich im Griff haben und wenig zugelassen haben und die Angriffe vielleicht nicht so gut ausgespielt haben. Aber eigentlich das Gefühl war, naja, jetzt passiert nichts mehr. Und am Ende hast du nochmal so eine Phase, wo es so ein bisschen entgleitet. Das ist einmal Stärke des Gegners gewesen, aber auch da waren wir dann nicht mehr so kompakt, sind nicht mehr so rausgeschoben und haben das nicht so durchgezogen, wie man es kann. Markus, eine Frage habe ich noch. Uwe Sturberg, Sachs, das Stadtmagazin. Herr Kotzinski, nur zwei Wechsel, einer davon nur Minuten vor Schluss. Sagen Sie keinen Bedarf oder wollten Sie die Spieler auf der Bank heute schonen? Nein, auf der Bank wird nicht geschont. Es war so, dass wir hinten nicht mehr so viele Optionen haben. Da pfeifen wir auf dem letzten Loch. Im Mittelfeld mit Paul und mit Juli, die Jungs waren gut drin. Und jetzt auch mit Stärke nochmal, haben wir jetzt auch nicht so unendlich viele Optionen. Wir wussten, dass Niklas nachlassen wird. Vorne hat Somi nachgelassen. Aber ansonsten waren die Jungs gut drin. Auch Heinz war bis zum Schluss gut drin. Jemand, der immer einen Ball halten kann, verlängern kann, aber auch selber eine gute Ballkontrolle hat. Luca haben wir gebracht. Somi dann am Ende noch gewechselt. Der aber auch ein gutes Spiel gemacht hat, der viele weite Wege gegangen ist bis zum Schluss. Naja, und wenn es dann funktioniert, warum soll man dann wechseln? Herzlichen Dank, Herr Lande. Markus, auch ganz herzlichen Dank dir. Den Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne auch ganz vielen Dank. Allen zusammen schönen Sonntag. Unseren Gästen aus Lübeck einen angenehmen und sicheren Heimweg. Viel Erfolg für den Rest der Runde. Bis dahin. Tschüss.